In diesem Video geht es um die Gestapo. Ich erkläre dir, was das war und welche Auswirkungen das auf die Geschichte hatte. Die Gestapo wurde im Jahr 1933 gegründet, kurz nachdem Adolf Hitler in Deutschland die Macht ergriffen hatte. Die Abkürzung steht für Geheime Staatspolizei. Ursprünglich war sie eine preußische Behörde, aber sie wurde bald zu einem Instrument der nationalsozialistischen Diktatur. Die Hauptaufgabe der Gestapo war die Überwachung und Unterdrückung von politischen Gegnern des NS-Regimes. Sie spionierte Menschen aus, führte Verhöre durch und sammelte Informationen, die gegen Personen verwendet werden konnten, die als Feinde angesehen wurden. Die Gestapo war nicht sehr groß, hatte aber eine weitreichende Macht. Sie arbeitete eng mit anderen Sicherheitsdiensten wie der SS und dem SD zusammen. Ihre Macht kam vor allem durch ein Netzwerk von Informanten, die Informationen lieferten. Die Gestapo hatte weitreichende Befugnisse und konnte Personen ohne Gerichtsverfahren festnehmen. Durch das Gestapo-Gesetz von 1936 wurde sie von der Justizaufsicht befreit, was ihre Handlungsfreiheit weiter erhöhte. Die Gestapo nutzte verschiedene Methoden zur Verfolgung und Unterdrückung von Personen. Dazu gehörten Verhöre, Folter und die Anwendung von psychischem Druck. Sie arbeitete auch mit anderen Organisationen wie der SS zusammen, um Massenverhaftungen durchzuführen. Während des Zweiten Weltkriegs weitete die Gestapo ihre Aktivitäten auf besetzte Gebiete aus. Sie spielte eine Schlüsselrolle bei der Durchführung von Kriegsverbrechen, darunter die Deportation und Vernichtung von Juden und anderen Minderheiten. Die Gestapo war direkt an der Organisation und Durchführung des Holocaust beteiligt. Sie half bei der Identifizierung, Verhaftung und Deportation von Juden und anderen Verfolgten in Konzentrations- und Vernichtungslager. Nach dem Krieg wurden führende Mitglieder der Gestapo beim Nürnberger Prozess angeklagt. Die Organisation wurde als verbrecherische Organisation eingestuft und viele ihrer Mitglieder wurden für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Die Gestapo ist heute ein Symbol für staatliche Überwachung und Unterdrückung. Ihre Methoden und Taten sind Gegenstand zahlreicher Untersuchungen und dienen als Mahnung, um die Wahrung der Menschenrechte zu betonen. Die Gestapo ist heute ein Symbol für staatliche Überwachung und Unterdrückung.